Hallöchen YouTube hier wieder Surround Gaming. Heute mit dem Thema Armored Core 6 ein Kommentar dazu von uns bei Surround Gaming. Fires of Rubicon ist der Untertitel und warum From Software sag ich mal in Bullshit drauf gibt im Endeffekt was der Markttrend ist, sondern sich einfach dafür entscheidet eine IP zu reaktivieren die 1997 das erste Mal das Licht erblickte und jetzt im sechsten Teil die IP wieder reaktiviert. Das und alles und noch viel mehr wollen wir heute diskutieren im Special zu Fires of Rubicon Armored Core 6, den Titel den wahrscheinlich keiner erwartet hat. Ja willkommen zurück bei Surround Gaming, den Channel wo es um den Sweetspot geht. Heute mal über ein Thema eher spielelastig. Armored Core 6 Fires of Rubicon ein Titel der sag ich mal bei den Game Awards doch für Furore gesorgt hat. Alle haben damit gerechnet dass Elden Ring 2 oder Bloodborne irgendwas von From Software angekündigt wird und From Software hat sich gegen den Trend entschieden, gegen sag ich mal die Geldmacherei und hat eine IP wiederbelebt, die eine ganze Weile schon ein bisschen in Vergessenheit geraten war. 1997 hat das erste Armored Core das Licht der Welt erblickt auf der Playstation damals. Ist ein waschechtes asianisches Meckertitel-Thema. Hat nicht viel mit MagWarrior zu tun oder so. Stößt natürlich in die gleiche Kerbe. Roboter kämpfen, sag ich mal in Roboter kämpfen, was sie nun mal machen, gegen Roboter meistens oder gegen Fahrzeuge. Infanterie spielt ja weniger eine Rolle. Das Ganze ist natürlich physikalisch fernab von Realität. Wobei man muss sagen, das Ganze ist schon sehr sehr plastisch aufgemacht. Also ich sag mal so, das Intro von Armored Core 5, wer das noch kennt, das sah schon fotorealistisch nahezu aus. Also dieser Armored Core, das sind die Mecks da, die nennen sich so, hätte auch wirklich live voreinstehen können. So war die Qualität von dem Trailer. Da muss man sagen, sind die Shots, die von Rubicon jetzt gemacht worden sind. Die ersten Render-Trailer sind das ja nur. Die zeigen jetzt nicht so einen ganz krassen Qualitätsanspruch. Sieht geil aus. Und das hat immer From Software immer schon drauf gehabt, hier wirklich CGI-Trailer zu machen, die schon State of the Art sind. Das Ganze hat jetzt hier so ein bisschen mehr Comic-Charakter. Das davor war schon mehr so Live-Action-Trailer. Und wir sind gespannt. Also Armored Core ist eine IP, die mich sehr interessiert. Nicht nur, weil es Macs sind. Auch weil im Endeffekt ich schon auf den Playstations, den Folien-Generationen, den einen oder anderen Titel. Nicht alle. Also ich muss gestehen, ich hatte Gott weiß nicht alle in den Händen. Erstens, weil es war hier sehr schwer ranzukommen teilweise an diese Sache, weil es eine Nische ist, die hier nicht, sage ich mal, der breiten Masse zugänglich gemacht wurde. Das Ding ist ja relativ immer, die ersten Teile zumindest so eine kleine Gemeinde zur Verfügung gestellt worden. Da gab es einfach nicht hohe Auflagen von dem Spiel. Jetzt muss man wirklich sagen, sind solche Titels ja salonfähig geworden. From Software hat natürlich jetzt auch eine gewisse Marktmacht. Durch Elden Ring haben sie sich natürlich letztendlich jetzt in den Olymp der Spielehersteller katapultiert. Und da wartet jetzt im Endeffekt jeder Gamer drauf, was die als nächstes machen, egal was es ist. Und viele konnten wie gesagt mit Armored Core nicht viel anfangen und dachten, es ist eine neue IP. Als man dann gelesen hatte, im Endeffekt, dass es Teil 6 ist, waren noch einige verwundert und wollten wissen, deswegen sind jetzt auch gerade die ganzen Gebrauchtpreise für die Spiele davor exorbitant in die Höhe geschnellt. Also wir reden hier teilweise von Armored Core 2 um die 250 Euro aufwärts, wenn man die Dinger gebraucht kaufen will, sind auch nahezu weggefegt. Wer den ein oder anderen Titel in so einen Second Hand Laden sehen sollte, so für 15 Euro, der könnte jetzt sein Taschengeld doch eine ganze Ecke höher katapultieren. Ich denke mal auch nach dem Release im August wird Armored Core nochmal einen ganz anderen Status erlangen. Ob das jetzt positiv sein wird oder negativ, sei dahingestellt. Das kann man bei Titeln und auch bei guten Software-Schmieden heutzutage leider wirklich nicht sagen. Das neueste Desaster rein um Jedi Knight Survivor aus dem Hause Respawn Interactive, die ich eigentlich sehr schätze für Titanfall. Da haben sie einen super Job gemacht, einen super Titel abgeliefert von vornherein. Sehr sehr bugfrei mit dem zweiten Teil. Jetzt haben sie bei Jedi Knight Survivor wahrscheinlich den Druck, den EA aufgebaut hat, Tribut zollen müssen und haben doch ein Spiel eher in der Alpha-Beta-Phase auf dem Markt gebeamt. Auch wenn der Titel hübsch anzusehen ist, geben wir auch noch mal im anderen Video sicherlich darauf ein. Das ist schon sehr kontrovers und hat schon so ein bisschen Cyberpunk-Vibes von der Seite her auch sicherlich ein Video wert. Deswegen besucht unseren Channel wieder, Abo da lassen, Kommentar, Like wie ihr es gerne wünscht. Aber zurück zum eigentlichen Thema Android Core. Ich denke mal auf dem PC wird es uns den ein oder anderen, sag ich mal, schon tangieren. Ich werde es wahrscheinlich auf dem PC holen. Interessiert mich einfach, was kann man maximal denn ausschlachten? Das Ding kommt von vornherein auf Playstation und PC. Von der Seite her, es wird sicherlich, kann ich mir vorstellen, noch einen exklusiven Launch geben für die Playstation 5, dass die noch ein bisschen kleinen Vorteil haben. Kann aber auch gut passieren, dass diesmalig das ganze auf dem PC auch zeitnah released wird. Es wird auch noch zwei Collectors Edition geben. Einmal im Endeffekt natürlich mit, und das ist natürlich schon nice, mit einem Amored Core, den wir hier auch sehen. Den Hauptprotagonisten, also den Mac zum Hinstellen in der Vitrine zu Hause. 19 Zentimeter hoch und aber vom Preis her ist er wahrscheinlich mit 250 Euro. Ganz schön heftig, aber das ganze geht noch zu toppen, weil es gibt bei Bandai Nampo in dessen Store exklusiv im Endeffekt die Figur plus Hangar für sage und schreibe 449 Euro. Das ist natürlich schon Schlag in die Fresse, wenn ich das mal so offen formulieren darf. Aber ich sage mal so, für den Hardcore Fan, der Amored Core hoch und runter beten sollte, ich kann mir gut vorstellen, dass dieses Exemplar dennoch schnell weg ist. Von der Qualität kann man nicht viel sagen. Ich sage mal, so eine Collectors Edition haben immer so einen zweischneidigen Anspruch. Die einzigsten Collectors Edition, die mir jetzt einfallen, die wirklich hochwertig waren und den Preis gerechtfertigt hatten, war eigentlich, sage ich mal, die Sache von Titanfall 2 mit dem Helm. Der ist wirklich wunderschön und ist auch sein Geld wert. Das war damals 199 Euro und ich sage mal so, dafür hat man wirklich einen Helm bekommen, der mindestens einen Wert hat von 100 Euro. Von den reinen Qualitätsthemen, wie man es baut und so weiter. Also eine Wertigkeit hat er schon eher auch von 200 Euro, weil der hat Licht, der hat, sage ich mal, Funktionen, der ist gut verarbeitet, der ist sogar ein bisschen besser als der von Doom Eternal. Dementsprechend muss man für 450 Euro schon eine Menge erwarten können. Das Exemplar oder das Display ist 32 Zentimeter hoch, denn das heißt im Endeffekt schon recht großer Hangar drumherum. Wir können ja auch mal ein Foto auf jeden Fall noch einblenden von den Collectors Edition, aber unterm Strich ist das schon ein ganz schön harter Preis. Da muss man einfach mal abwarten, wo das Ganze, sage ich mal, hinläuft, ob das Ding wirklich hier einen reißenden Absatz findet und sofort ausverkauft ist oder ob es die Regale, sage ich mal, immer noch stark befüllt und letztendlich dann irgendwann doch im Preis fallen muss. Weil 450 Euro, also fast so teuer wie eine PlayStation 5, da muss man sich schon mal auf die Zunge zergehen lassen, eine Collectors Edition, die einen Konsolenpreis hat. Da ist irgendwas auch schief gelaufen. Wie gesagt, für den Hardcore-Fan vielleicht ein anderer Ansatz. Ich mag zwar auch diese Macs sozusagen, diese Collectors Edition, wenn irgendwas drin ist, was so Mac-artig ist. Davon gibt es viel zu wenig. Also beispielsweise die von Titanfall 1 hatte ich zwar verpasst, da habe ich mir die Figur nachgekauft und die kostete auch schon 180 Euro jetzt alleine. Die sieht noch ein bisschen höherwertiger aus, aber dafür war die von der Collectors Edition bei Titanfall 1 zum Beispiel auch noch eine Ecke größer. Da muss man einfach mal gucken, wenn man die Second Hand kaufen will, dann zahlt man jetzt richtig viel Geld. Es gab noch ein paar andere gute Collectors Editions, muss man wirklich sagen. Mit schönen Figuren können man auch mal ein Video darüber machen. Aber von den reinen Mac-Themen, also Mac-Warrior hatte nie eine Collectors Edition mit einer Figur. Da ist sicherlich das jetzt hier schon mal nice to have. Aber Ace Combat zum Beispiel hatte dieses Flugzeugträgerschiff, dieses was so aussieht wie so ein Boomerang. Ich glaube, das war aber auch nicht so teuer. 150 oder so, 180 war es aber auch nicht so nice. Da warten wir mal ab. Ich bin gespannt. Also wenn es gut aussieht und wenn es von der Qualität geil ist, dann werden wir es sicherlich hier auf dem Channel auch haben und dann nochmal beäugen. Ansonsten zu Amored Core gibt es eigentlich noch nicht viel zu erzählen. Ich denke mal, wir wollten erst mal jetzt die Chance nutzen und darüber berichten. Noch mal ein bisschen abschließend, warum, weshalb, wieso das sehr untypisch war, dass From Software anscheinend nach dem ganzen Hype um ihre ganzen Souls-like Spiele jedoch auf eine IP gesetzt hat, die nicht massentauglich ist. Also sie ist nun mal ein Nischendasein. Es kann natürlich passieren, dass das jetzt weltweit, sage ich mal, überschwappt. Wir merken ja auch gerade, wir haben so eine Warhammer 40k Phase. Amored Core hat das Potenzial im asiatischen Raum sowieso. Da ist es Kult und vielleicht muss man das auch ein bisschen aus der Brille sehen. Amored Core wird sich denke ich mal im asiatischen Raum brutal verkaufen. im europäischen, im amerikanischen Raum. Da muss man einfach abwarten, ob da wirklich diese Sache so viel Anklang findet. Weil es wird schon hier ein bisschen ein Mix sein aus Souls-like und natürlich ein Restart der IP. Also Amored Core 6 wird auf die vorigen Titel nicht aufbauend sein. Es ist eine neue Welt. Rubicon, wie schon der Titel sozusagen sagt, ist diese Welt. Dort sind Kräfte, sage ich mal, am Werken, Besetzungsmächte und so weiter. Man ist jemand, der so ein Amored Core steuert und dann zwischen den Fronten gerät. Also die typische, übliche Story. Ich denke mal, da werden wir nichts dramatisch Neues sozusagen bekommen. Meistens haben wir auch diese Titel eine relativ flache Geschichte, die dann durch irgendwelche Voice-Overs weitererzählt wird. Aber sehr stylisch immer. Ein paar One-Liner sind immer bei, die so ein bisschen Coolness ausstrahlen sollen. Und das hat einen gewissen Charme. Also ich finde es auch von der Fast Action. Also es ist ein sehr schnelles Spiel sicherlich wieder. Amored Core war immer sehr, sehr flink unterwegs. Hat, wie gesagt, mit MagWarrior nichts zu tun. Nichtsdestotrotz braucht man hier auch schon Strategien, Techniken. Und natürlich, man kann sein Amored Core komplett wieder customisen mit kleine Logos raufbasteln, farbliche Anpassungen, Waffensysteme. Hier sieht man es auch gerade. Der ist sehr, sehr stark bewaffnet und kann unterschiedlich ausgerüstet werden. Als Kettenfahrzeug, als, sag ich mal, Spinnentierchen mit mehreren Beinen sozusagen kann er sich fortbewegen. Oder eben klassisch mit seiner Hover-Fähigkeiten über den Erdboden gleiten. Deswegen ist das ein, ja, doch sehr, sehr interessantes Gameplay. Ein bisschen andersartig als die üblichen Verdächtigen aus diesem Genre, die doch sehr behäbig daherkommen. Hier ist eher The Need for Speed im Endeffekt der Anspruch, dass man hier wirklich mit Geschwindigkeit probiert, seine Gegner auszuhebeln. Und nicht mit blanker Feuerkraft. Wie gesagt, realistischer Anspruch ist ja mit Sicherheit nicht gegeben. Aber die ersten Shots und die waren schon immer sehr nah dran an dem, was das eigentliche Spiel, sag ich mal, ausmacht. Dementsprechend kann ich mir schon gut vorstellen, dass er hier ziemlich brachiale auch Squad-Action hat, wo er mehrere Buddies dabei hat. Ob das Ganze jetzt Koop-fähig sein wird, Multiplayer-tauglich. Gerade Teil 4 oder Teil 5 waren ja auch sehr Multiplayer-lastig. Das kam dann doch nicht so brutal gut an. Man muss einfach mal gucken. Ich würde mich freuen, wenn diese IP weiter ausgebaut wird, weil sie steht so ein bisschen für Retro und zeigt doch, dass einige Spieleschmieden auch gegen den Trend einfach probieren, anscheinend wirklich ihre Vision, ihre, sag ich mal, präferierten IPs wieder in den Fokus zu heben und damit natürlich eher zu brillieren, als immer die sechste oder siebte Ausgabe von irgendeiner IP machen, wo sie wissen, dass da einfach Geldmittel reinfließen und viel Geld wahrscheinlich wieder reinkommt. Stichwort sind ja die Battlefield-Reihen oder auch die Call of Duty-Reihen. Die gibt's ja, sag ich mal, gefühlt jedes Jahr und das ist natürlich für den Gamer auch langsam langweilig. Deswegen sind ja auch Themen wie, sag ich mal, Projekte a la Star Citizen sehr spannend, wo mal was Neues probiert wird und Amored Core zähle ich dazu als, sag ich mal, eine IP der alten Garde und gucken wir mal, wie es dann, sag ich mal, läuft. Wir berichten weiter darüber, deswegen hier mal der kurze Ausblick oder ein kurzes Kommentar zu Amored Core Fires auf Rubicon. Im August geht's los, also schärft schon mal eure Schwerter an den Macs, macht euch schon mal bereit. Im Endeffekt holt euch dann kaltes Getränk, weil es ist auch ein bisschen unüblich, dass das Ding zum brutal heißen Sommer rauskommt. Also da hat FromSoftware auch noch mal richtig Eier bewiesen, das, sag ich mal, zu dem Zeitpunkt rauszudrücken, weil in der Regel sind die Verkaufszahlen im August nicht hoch für solche Titel. Also da rechnen sie damit, dass sie gegen den Trend kommen und einfach mal zeigen können, dass sie jetzt den Markt auch beeinflussen können, egal was für ein Titel rauskommt. Und ich drücke die Däumchen für FromSoftware, Amored Core 6, Fires of Rubicon, Exklusiv dann sicherlich auch bei Surround Gaming. Wir gucken mal, was war und wie wir es denn da bekommen können. In dem Sinne, macht's gut, wir hören uns wieder, bis dann!